so herzlich willkommen zu einer neuen runde noble face ich bin immer noch hart und ja wir sind jetzt noch dabei stehen geblieben dass wir unser halbes königreich für eine kuh ich machen sie angehandelt haben das heißt haben eigentlich alle unsere vorräte für diese kuh eingetauscht der winter kommt demnächst was jetzt nicht was das bedeutet ob das jetzt für ein jahr reicht hier unsere vorräte oder weniger haben wir dann sehen ja tatsächlich werde ich jetzt eine farm bauen soll ich vorhin hier gar nicht gesehen das heißt man kann hier auch eine farm bauen das was ich setze jetzt hier mal eine farm hin war ich will hier die farben hin haben not hat will ich denn haben korn oktober beryln hast oktober bery pumpkin summer fall ich mache hier das dann wollen wir mal gucken ellen übt hier immer fleißig fasziniert das heißt er macht jetzt eine cotton tunic sickle pennt immer noch sehr schön geht hier auch einer mal noch mal ich habe erstmal die milf wanderers gelesen nein die milf wanderers sind das ok was was kann denn der myth ist da noch mehr mit dem ist er denn hier der myth ist er alleine hier sickle pennt aber immer noch wort 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 war das denn jetzt für ein sound da oben was ist das items hat die tunic wurde gekraftet was kann die tunic ein hauling also schleppen ist das ne so wer ist denn hier unser schlepper hier 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 das hier 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 so wollen wir mal gleich mit dem was ist das denn jetzt okay dass die dämonen kommen wir gleich alles klar ja da bin ich ja beruhig dass das denn hier ein portal ja das finde ich ja jetzt super geweck wo ist denn hier der mit speak to me was hatten wir mit vorne eigentlich gar nichts milch hat er wohl mich müsste ich doch jetzt was selber haben oder nicht ab der kuh monster sei tag ja enlist so enlist ich finde der ist total super enlist 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 das meine kuh in ruhe so ihr könnt wieder zu eurer arbeit zurückkehren ttt so ticken level ab okay dann mach mal tick was werden der tick land kochen das ist ja gar nicht schlecht ich habe mich jetzt auch keine lust mehr mit dir zu reden so was haben wir denn kann ich den nicht plündern raw imp butcher ja könnte ich gleich mal so was ist denn jetzt hier keiner macht steine oder was machst du jetzt tick geht das mal essen was ich kann da so ganz wieder beschleunigen hier so kann man sich was neues bauen mittlerweile structure walls doors ich könnte stein bauen möchte ich nicht fine wood türen dann kann ich auch nicht zäune auch nicht was gehen wir denn an furnitures bauen das bessere bett habe ich schon noch ein bisschen was wirklich viel können wir ja nicht bauen work benches dann bauen wir noch ein butcher table für den koch und ein herz daneben und eine foundry die setzen wir mal hier hier uns wasser wir brauchen alle stein nicht wahr sich das richtig in zu fischen stone ja ich brauche steine so und die lernen jetzt hier was die lernen jetzt wie man gates macht okay martha was macht martha putzt martha jetzt gehen wir hier gather stone ja und martha du gehst jetzt steine klopfen sehr nicht zum spaß hier das ist jetzt steine geklopft nein auch wieder nicht wir wollen die keine steine klopfen diese besuchen mich aber ziemlich lange die jungs die wollen auch gar nicht mehr schlafen jetzt bei mir oder mit da ist es sehr sauber wo er ist ellen mördert da die sandra wanderer sind weg sehr schön so ja danke für den tipp und macht tick theming back so jetzt geht du mal ich hier hin das wird wird kennengelernt kennengelernt das ist ja super kannst du korn anbauen geht das besser wieso habe ich denn hier so ein gehege wenn die kohle jedes mal raus rennt pt pt macht jetzt irgendwas pt 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 lernt korn dorky boss kommen jetzt auch ja wir können uns unterhalten er hat dinge über mich gehört dann muss das mal warten bis ihr meine königin aufwacht wie lange schläft sie denn sie liebt sich immerhin selbst auch was hat sie denn für nie schlaf so schlecht denn er keine an dem bett macht doch gar keinen sinn ich kann das direkt zuweisen captain sickle kannst natürlich hier demnächst im boden bett pennen was sollen dann wieder mit hier bei mir in meinem bettchen schläft was ist sag mal hier ich pflanze korn sehr schön kann zickel mal aufwachen das ist ja mit der martha die ist so gespielt zickel so wo ist denn auch die artikel ist auch level up okay vergesse ich jedes mal so was hat er ist die sickle dazu gelernt unser guter captain mining for aging howling eine abilität oder kann ich mir jetzt aber so eine 5 hat wird kann er denn jetzt unser captain kann meinen das sollte in der pt jetzt hier pt das ist auch level 5 passiv so eltern allen ist auch jetzt level ab machen wir das jetzt eben cooking so war immer schlecht ist alles active ability für nimmst du mal crafting so ist sich gelernt jetzt hier wie man den butchers table baut so du bist jetzt aber speak to tat man wollte sich ja mit mir unterhalten dort wird sein jetzt ja schämen dann interessiert mich denn wer hier wen gekillt hat auch marke auch nicht so es gibt auch kingdoms da gibt es die roh gott free schützt back schon ist schon schon auf der wurde ja schon mal erwähnen so also was haben wir denn hier das ist gott mit denen im krieg ok sehr interessant wer hier mit wem im krieg ist ich denke mal das wird später interessanter was ist jetzt los mit corn seeds ach so da habe ich natürlich nicht so aber die steine könnte die auch noch mal gesandert man macht ja auch schon fleißig sehr schön fire pit food mit guckt mit was kann ich denn jetzt machen kommt human guckt im insuffischen drohen close werde im bis jetzt hier verschwunden na dann hat wird 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 was der dorky boss gehen okay ich habe keinen remove hat habe ich sieht man was ich hier habe food mit raw meat was habe ich denn das sehe ich jetzt gar nicht aber ich dürfte halt eigentlich noch nichts rohes haben also das heißt aber mein farben denkst hat funktioniert mal irgendwie hat es funktioniert so prinzipiell könnte man hier auch kochen cut cut so ich überlege jetzt tatsächlich anzufangen irgendwo hier oben ein zweites häuschen hinzusetzen ich glaube das mache ich hier tatsächlich hier oben und das jetzt erstmal ab mal etwas größeres dahin zu zaubern war das ist ja hier so ein zwischending einfach nur so wächst das hier auch muss man das gießen oder wächst was das ist doch schon mal gut martha ist level ab das hat ja den logging 1 farb modi er hat jetzt aber ordentlich was dazu gekriegt ich will eigentlich die passiven dinge ich mag er passiv noch die schon immer muss ich zumindest ist nix aus hikel pennt hier einfach auf dem boden also so kann man ja machen wenn man eigentlich im bett zugewiesen hat aber was auch immer so at task hier weapons machen es oder kann sogar eine epic axt machen also ein bus value 1 c hat value 2 bis 24 6 bis 24 klaus ja dann mach mal hier einer die axt hey du bist ja hier wollen der tier so das heißt das sieht doch schon mal hier ganz gut aus das heißt hier baue ich war ich das schon aus stein kommt noch hier einmal aus holz so schön großes fundament das bohr aggression 100 ok so ellen jetzt kannst du mal hier kraften sind jetzt alle weg bei mir scheinbar noch oder sind hier noch irgendwelche wanderer ab das ab in hier habe ich mir schon gedacht Jaaa... so wollen halt alle irgendwas von mir haben finde ich ja total super so wo ist sie denn jetzt hier schon wieder 80 schläft da immer noch nachher mitten was bringt navigate between layers so ptl produziert mir hier die schöne axel ist das jetzt schon wieder learning height helmets also das haben wir jetzt gelernt wird welche richtung geht das unten und dessen tun ach da das ist ton ex of handicap plus 1 crafting ja ellen dann belongings ellen so ellen pendent sind auch immer noch mein gott die pen aber auch ewigkeiten ich werde mich mal mit ellen unterhalten wenn er irgendwann mal insuffischen stone so pt kommt immer mit ellen sprechen speak to ellen so rüber jetzt auf einmal essen er wird was macht er denn jetzt also ich bin ein ork hier meinung ist das ok ok hat und herbert auch nicht was ok hat und herbert kauf mark 1 so themen meine güte oder das mag er dir okay mein gott danke i don't like boots i love clothes i like leggings yeah back out leggings leggings okay danke für dieses tiefgründige gespräch erln wir beenden das jetzt auch hier ausgebaut so das war ja das richtige gespräch scheinbar das heißt ellen mag mich jetzt auch martha und tic pen vielleicht sollte ich nachher nur mit den quatschen so was fehlt mir denn hier steine fehlen mir ja ja ich habe schon den auftrag gegeben die steine aber ich habe hier auch noch mal wird das denn das ist eine kuh das meine kuh wir würden die kuh kann die einer themen meine kuh und zickel ist auch wieder level auf so müsste es jetzt level 6 sein die zicke mal gucken was dabei rumkommt branding foraging building building ist jetzt auf 3 sehr schön mal dick war darüber das bedeutet tragen sie den berg hier ab wäre nicht so schlecht nur was fehlt mir denn hier steine so behalte ich mal so zwei y so und so es ist es ist Sauerk. 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 die dinge auseinander pt tic tic würde sich darüber freuen ja dann kommt belongings wo ist das du würdest das mögen dann gehört der stoffhut dir magst du mich jetzt mehr likes captain zickels die mögen mich doch alle das ist doch super da holt sich jetzt ein hut wir brauchen mehr holz schwarze schwarze braziers wooden bookshelf older this door locks or large wooden tables session but what what is in yellows insufficient wood or got cut 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 so 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 mut mut und mir sind es diesmal so wird 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 könnt ihr denn prestige overview wird ist das vielmehr level 1 allen schläft lassen mir in ruhe das ist auch level 1 sie die können halt gar nichts die beiden tic tic muss ich auf jeden fall gleich mal sprechen der scheint jetzt auch nicht sehr glücklich zu sein aber das machen wir ja alles in der nächsten folge so in diesem sinne tschüüss Bis zum nächsten Mal.